Willkommen im verlassenen Schwimmbad. Hier ist eine Eule. Scheiße, die ist weg. Da, da. Die ist da voll gegen geflogen jetzt. Mit Schmackes, ne? Aber richtig. Servus meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin jetzt gerade hier an einem verlassenen Schwimmbad und was das gibt, seht ihr wie immer jetzt. Ui. Genau, nimm mal die Tür. Da ist ein Blick rein hier. Ja Leute, hier. Ofen, Grill. Keine Ahnung. Haben auch schon schön demoliert. Hier hat sich einer die Steinchen abgemacht, kann man gut sehen. Ich verstehe zwar nicht, warum die Leute sowas machen, weil die sind ja passgenau zugeschnitten. Ja, ist komisch, ne? Die Tür ist auch schon im Eimer. Uh, uh. Elektroverteilung. Auch alles rausgeritzt. Ach, guck mal hier. Hat einer schon die Wand aufgerissen, um zu gucken, wo gehen die Kabel lang. Interessant. Hört ist das hier zum Anlehnen vom Rücken? Riecht gut. In so einer alten Sauna riecht das immer richtig gut. Hier ist noch so ein Steinofen. Guck mal. Hallo. Ach, guck mal, hier tropft das dann weg von oben runter. Na ja, okay. Gehen wir mal weiter. Der Alex macht gerade ein paar schöne Bilder hier. Eine Stollensauna. So, reingehen. Hier steht eine alte Lobe drin. Das ganze Ding ist als Stollen aufgebaut. Da hinten hängt noch, äh, äh, Dennis, wie heißt das Ding hier, diese Dinge, die da oben hängen, die Haken, Schlägel und Eisen? Hammer und Sichel. Ja, keine Ahnung. Man soll halt so einen Stollen hier imitieren. Seht ihr jetzt gerade. Ganz cool. Schön viele Details. Wo sind die anderen? Hier haben wir eine Außendusche. Und auf der anderen Seite haben wir ein, äh, ja, großes Becken. Da hinten könnt ihr jetzt sehen. Da ist gerade so ein Rollo runter. Und zwar, äh, ging das Becken von innen nach außen. Das war so der Außenbereich. Und man, ihr kennt das ja, in Schwimmbädern kann man immer von innen nach außen gehen. Und das ist dann halt so weit. Sogar zwei. Da gibt es einmal einen kleinen, da kann man direkt rausgehen. 1,35 Meter. Das ist aber auch 1,35 Meter. Und dann geht das da rein. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da reinkommen, ne? Weißt man, wie lange das Ding schon leer ist? Seit 2013. Echt? So schnell wachsen hier die Bäume? Ja, guck mal, ey, wie dick der Stamm hier schon ist. 2013, jetzt haben wir 2017. Also vier Jahre. 14, 15, 16, 17, ja. Ja, hier kommen wir rein in das Ding. Oh! Spektakulär, ne? Hier könnt ihr nochmal sehen, also hier ging man dann in den Außenbereich rein. Da waren zwei Außenbereiche. Och, boah, ist das demoliert. Und wieder eine Sauna. Ja, hier ist die Uhr schon im Arsch. Hier ist wieder so ein Becken und das ist halt so eine, ist relativ groß, muss ich echt sagen. Hier haben wir nochmal kleine Abkühlbecken. Nice, ey, mit Licht von unten drin. Hier lief das Wasser ab. Wahrscheinlich war das bis kurz vor Kante gefüllt hier. Und dann hat man hier sich abgekühlt von einer Sauna. Ich glaube, das ist auch ein kompletter Saunabereich. Ich bin mir noch gar nicht sicher. Ich gebe mal wieder raus. Schon wieder eine Sauna, oder was? Ja. Wie viele Saunen haben die denn hier? Aber das ist wieder eine kleine. Ich kenne mich so mit Saunen nicht aus. Warst du mal eine Sauna? Ja. Ich war auch mal drin. Da habe ich den Kreislauf zusammenbruch gekriegt. Das ist kaputt drin, ne? Ja, das ist warm. Da steht irgendwas drin. Ach, Eukalyptus. Da sind noch so Zusätze drin. Das ist ca. 70 Grad. Kneipp, Becken, Fuß, Massage. Da waren da wirklich Steine drin? Ich kenne mich damit nicht aus. Das ist ein Baustrahler. Okay. Ich würde sagen, Upstairs. Guck mal da. Sonnenparadies. Turbo Bräune. Leute, das ist ein Lost Space vom Allergemeinsten hier, würde ich sagen. Das ist riesengroß. Aber ich sehe schon wieder Graffitis. Da hinten läuft gerade einer rum. Da macht er auch gerade ein paar Fotos. Und jetzt haben wir hier oben so kleine Bungalows. Guck mal da oben mit dem Bastdach. Oh, der sieht gut aus. Hier hängt eine Lampe. Da steht so ein Schrank. Das wird wahrscheinlich ein Massagebereich gewesen sein. Wahrscheinlich. Muss ja so sein. Weil guck mal, wenn du jetzt hier so reinkommst, hier hast du so einen Madame-Mademoiselle-Vorhang. Und hier hast du so einen richtig coolen Schrank. Also ich könnte mir vorstellen, da hat hier so einen Liegestand. Die Lampe dann an und dann ging hier so ein bisschen japanesische Trallermusik. Dann wurde es hier durchgeknetet. Schön, der Schrank sieht richtig geil aus. Der sieht richtig geil aus noch. Dennis? Ich habe gerade von vertraulicher Quelle erfahren, dass es hier einen Wellenbad gibt. Ohne Wasser. Ja, das ist riesengroß, das Ding hier. Hier ist nochmal Whirlpool unten. Da haben die auch schon alles reingeschmissen. Was haben wir hier noch? Behandlungsräume hier. Sonnenbank, Dennis. Ergoline 600. Was haben wir hier hinten noch eine? Ergoline 600. Dieser Ergoline verfügt über einen Voiceguide. Voiceguide aus. Und es kommt noch besser. Wasserbett. Hier liegt. Wasserbett. Ist da noch was drin? Ist da noch was drin hier? Oh, ein Traum. Warum lässt man so was verkommen? Ich könnte mir nicht vorstellen, darauf zu schlafen. Irgendwie ist das dann ein Sturm in der Nacht. Auf hoher See. Wenn du dich einmal bewegst, dann wackelt dir das ganze Bett nach. Super viel Zeug. Ich gehe jetzt wieder in diese Sturm. So, hier geht eine Treppe nach unten. Da können wir gleich mal gucken. Ich wollte aber jetzt eben zu Ende machen. Hier oben gibt es nochmal so einen Monsterraum. Boah, die Fliesen sind richtig geil. Hier lagen. Liegen. Okay. Das ist eine kleine Serviceklappe. Was kann die? Dennis. Hier ist eine Eule. Scheiße. Die ist weg. Da, da. Ey, Marvin. Die ist raus aus der Nummer. Komm, hier. Nimm mal die Kamera. Ich heb die hoch. Ich habe Handschuhe an. Ja, hier. Ich habe nur eine Eule gesehen, Marvin. Gibt es der gut noch? Fuck. Ich heb die mal hoch. Wir haben ein Foto gemacht von der Eule. Super. Schön, Mann. Jacke rein. So, die Mitte nach Hause, Marvin. Ich habe Platz. Denk dran, wenn die hier nicht packt. Das hat ein bisschen weh, wenn ich da mit Schmackes vorgeflasst hatte. Die Eule ist da voll gegen den Scheiß Dingens geflogen. Das ist eine Eule. Lebt ihr noch oder nicht? Ich hoffe. Oh nein. Ist das eine Eule? Ja, die saß. Auf einmal flüchte los gegen die Scheibe. Die Gedanken sind frei. Oh. Komm, die ist kaputt. Meinst du? Die ist voll gegen die Scheiß Scheibe geflogen. Ja. Kommt ihr raus? Wo kommen Eulen hin? Wo leben die? Außen. Nicht drin. Die hat gerade die Augen komplett auf. Jetzt sind sie aber zu. Ja, die hat die Schnauze voll jetzt. Die fühlt sich wohl hier, glaube ich, wenn du die hier so hast. Sie schläft so ein bisschen. Die sieht doch ein bisschen zerpflückt aus. Bisschen zerpflückt. Immer schön streicheln im Sinne Eule. Was ist das denn in der Mitte für ein Haken da? Der Schnabel. Der Schnabel. Das ist ein Vogel. Kann das sein, dass die schläft? Na, gib sie ja trotzdem mal. Wenn die geflogen ist, dann schläft die nicht. Die ist jetzt nicht so... Ja, die war ein bisschen... Ne, du musst ja... Die Hand hier, du hast das Ding. So, jetzt sitzt sie da. Guck mal, wie schön, ne? Die liegt gar nichts. Die ist ja auch... Die wird schön warm. Du musst sie ab und zu mal ein bisschen streicheln, damit die auch noch weiß, dass du da bist. Die sieht süß aus, ne? Die ist warm. Die ist richtig warm. Die ist schön. Die ist richtig warm. Das ist unser Hilfweg. Ich glaube... Ich glaube, die... Die wollte... Die hat sich erschrocken, weil ich da stand. Dann wollte die rausfliegen und jetzt ist sie wieder im Winterschlaf. Reingeknallt. Der Ding war riesengroß, als sie geflogen ist. Wo hat die denn die Spannen weiter her? Reiß dich mal auseinander. Nein. Okay, klasse. Ich habe das letzte Mal gesehen, wenn die irgendwo gehen fliegen, dann kriegen die erstmal ein Trauma. Ist das so? Ja, ist immer vorbei. Echt? Für die... Also weißt du jetzt nicht, wer die ist? Müssen wir die mitnehmen nachher. Wenn die nachher immer noch so ist, dann nehmen wir die mit. Da habe ich eine Eule im Büro. Okay. Geht weiter, meine Freunde. Ja, wir bringen die mal raus. Die Eule? Nein, die darf nicht raus. Die schlafen nachts. Du musst sie hier drin lassen. Ja. Die dreht durch jetzt. Die dreht jetzt richtig durch. Hält sich fest. Hält sich fest. Hält sich fest. Ordentlich festhalten. Und mal den Bein festhalten. Ja, erstmal musst du den Flügel hürzen. Ich nehme euch das Kamera eben. Das ist kein... Das ist kein Adler, Alter. Pass auf. Ich weiß, das hat keine Adler. Mach die Flügel zusammen und pack sie dir so. Komm schnell. Komm. Dann wartet eben hier. Wir bringen die eben hoch. Hat aber lange gedauert, dass die jetzt wieder wach wird, ne? Ja, sicher. Setzen wir die jetzt wieder da rein oder schmeißen wir die jetzt raus? Wo hast du denn die gefunden? Mann, die saß in... Komm, warte. Nein, wir bringen die wieder raus. Ich würd sagen, wir können die dann in diese... Mime da setzen. Weil die brauchen halt Dunkelheiten. Und für die ist jetzt so eine Ehrlichkeit, ist das scheiße. Die kriegt die ja auch gar nicht auf. Ja, nur nicht, dass einer die Tür zumacht. Das Problem ist nein. Nein, das ist auch scheiße. Hier kommen die Jugendlichen hin. Die hauen auf die Eule drauf. Richtig, komm mit. Lass uns die mal hier unten drunter setzen. Ich hab ne, ich kann da hochlaufen. Ne, ich komm, ich geh da drunter, ja. Eben. Die sind halt jetzt zu meckern. Du bleibst jetzt schön hier sitzen. Ich bin doch nicht so. So, sitz dich? Naja. Ja, lass sie sitzen. Ja, wie kommt denn... Die konnte ja auf dem Flügel strecken. Ja, warte mal. Lass sie da ein bisschen sitzen. Wenn wir auf dem Rücksicht noch sehen. Dann gucken wir da mal nach dem Rechten. Ja, die ist doch gut da. Da ist schön dunkel. Ja, Leute. Eine kleine Eule noch gerettet. Die ist da oben vorgeflogen. Vor der fetten Schale. Hat geknallt wie nix, ne? Ist die von oben nach unten dann gefallen? Ja, war richtig. Und dann lag die unten, war erst mal raus. So, jetzt machen wir weiter Lost Place, würde ich sagen. Das hat schon die Lost Place Lamp in der Hand, Nico. Ja, Leute. Also jetzt sind die da drin, die Eule. Sitzt jetzt da draußen. Ich hab die jetzt in der Dunkelheit da gesetzt. So, ich glaub die sind nur nachts aktiv. Ist ja eine Eule. Und müssen wir auf dem Rückweg noch mal gucken, ob die dann auch sitzt oder nicht. Ob man da helfen kann oder nicht. Das ist gut, das Ding. Was hat das denn hier mit Aussicht mit der Höhe? Das ist gut, das Lämpchen. So, was ist das hier? Mein Gott. Da kommt ein Wellenbad. Mirko, du musst das Wasser hier mit drauf nehmen. Das sieht so geil aus. Ja, hier unten die Pampe, die grüne. Das sieht richtig, richtig gut aus. Da ist das Wellenbad. Dennis, da ist ein Wellenbad. Ich glaub das nicht. Was ein riesen Bau. Aber guck mal oben die Decke. Schon schwarzer Schimmel dran. Wir haben hier schon alles demontiert. Ich glaub da diese Rundungen. Da waren mal Lampen drin. Die sind alle schon weg. Hier liegt mal ein Schwimmflügel. Da waren die Lampen drin. Also ich glaub schon. Was ist das denn? Ein Keller dahinter. Ja, da geht es nirgendwo hin. Aber da geht eine Treppe hoch. Ich würde sagen, ich nehme die Treppe mal nach oben. Da musst du auch noch hin. Oh, viel, viel, viel Technik. Ja, meine Freunde. Ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich mich von euch verabschieden, weil meine Rohdatei jetzt schon bei über 50 Minuten ist und ich einfach einen zweiten Teil davon mache. Also freut euch in Kürze auf den zweiten Teil. Ihr seht, es gibt noch viel zu entdecken. Bis später.